Nachts um halb zehn erhob sich Robert plötzlich und verlangte nach seinen Kleidern. Er habe die Herrschaft über sich verloren und wolle sich in eine Irrenanstalt begeben, denn er wisse nicht, was er in der Nacht Schreckliches begehen könne. Tränen und Flammen nimm sich zusammen. Tränen und Flammen 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 Tränen und Flammen